Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video habe ich es mal so gemacht, ich habe immer, wenn ich ein Buch fertig gelesen habe, direkt schon den Part für den Lesemonat aufgenommen und dann habe ich die Parts alle hintereinander geschnitten. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Bam, da sind wir, kleiner Flashback in die Vergangenheit. Wir haben den 9. Juli und ich rede heute über Oscar Wilde, das Bildnis der Storing Grey, eine unglaublich schöne Ausgabe, die ich auch tatsächlich nur deswegen gekauft habe, weil sie so wunderschön ist und dann den Fehler gemacht habe, dass ich es in meinen Rucksack, in meine Taschen gepackt habe, wo diese schöne goldene Schrift irgendwie entabgeblättert ist, wo ich mir so denke, was zur Hölle, warum? Ich weiß noch nicht, ob ich sauer auf mich sein soll, dass ich es einfach gedankenlos in meine Tasche gepackt habe oder sauer auf das Design, dass es so leicht abblättert, weil es ist jetzt nicht in der Tasche an irgendwelchen krass harten Gegenständen gerieben oder so. Es war einfach nur in der Tasche, meine Fresse. Aber okay, reden wir über den Inhalt. Ganz ruhig und sachlich. Wie gesagt, ich habe es wirklich eigentlich einfach nur gekauft, weil es mir halt im Buchladen so entgegengesprungen ist und so wunderbar schön aussah. Mit der Story konnte ich vorher nichts anfangen, also ich wusste nichts. Ich habe weder dieses Buch jemals gelesen, weder davon gehört, also davon gehört ja, aber nichts von der Story so. Noch habe ich den Film gesehen, ich wusste einfach gar nicht, um was es geht. Es steht tatsächlich auch nichts hinten drauf so. Es steht auch nicht in der Klappe irgendwas drin so. Und dann fängt es an mit einer Vorrede von Oscar Wilde himself, wo er so ein paar Statements setzt, so zu Kunst. Irgendwie zum Beispiel hier. Der Künstler ist der Schöpfer schöner Dinge. Kunst zu offenbaren und den Künstler zu verbergen, ist die Aufgabe der Kunst. Der Kritiker ist der, der seinen Eindruck von schönen Dingen in eine andere Form oder in ein neues Material übertragen kann. Und so weiter. Solche Statements kommen hier anderthalb Seiten lang, bis dann der letzten Satz von der Vorrede jetzt nicht. Aber ich habe mich dann so angefangen zu fragen, okay, es geht scheinbar wirklich so viel um Kunst, um Kunstverständnis. Was ist denn eigentlich Kunst? Und darauf habe ich mich dann so ein bisschen eingestellt. Und dann ging es los und jetzt lese ich euch noch den ersten Satz von der Geschichte davor, weil den fand ich auch irgendwie einfach mal wieder so ganz schön. Das Atelier war von starkem Rosenduft erfüllt und wenn der leichte Sommerwind die Bäume des Gartens hin und her wiegte, strömte durch die offene Tür das schwere Aroma des Flieders oder das zarte Parfüm des Rotdorns. Ist einfach erstmal wieder so ein unscheinbarer Satz, weil es einfach nur so eine Beschreibung ist von so einer Szenerie, von einer Atmosphäre. Aber gleichzeitig überliefert es halt genau das. Eine Atmosphäre und eine Stimmung und ein Gefühl. Und das ist so perfekt, wenn das halt so ein erster Satz innerhalb von einem Satz halt einfach schon mal gut schafft. Aber jetzt komme ich mal zur Story. Ich weiß nicht, ob das jetzt, aber ich denke mal, vielleicht gibt es ja so den einen oder anderen wie mich, der nichts von der Story wusste. Es geht um den jungen Dorian Gray. Der ist, so wie ich es verstanden habe, irgendwie entweder gerade so 18, 19 oder vielleicht schon Anfang 20. Auf jeden Fall noch jung relativ. Und von ihm wird ein Bild gemalt, weil Basil Hallwatch, das ist der Zeichner, der Künstler, der Maler, findet den so ultra schön. Das ist so ein wunderschöner junger Mann scheinbar, der Dorian Gray. Und den muss er malen. Und dann sagt noch so ein Freund, Hey, das ist dein schönstes Kunstwerk, was du jemals gemalt hast. Das musst du unbedingt ausstellen. Und der Künstler direkt so, oh mein Gott, nein. Ich werde das niemals ausstellen können. Dafür habe ich zu viel von mir selbst da reingesteckt. Und dieser Freund lacht ihn erst mal aus, so, Hä, da schmeichelst du dir aber ein bisschen doll. Du hast ja keine Ähnlichkeit mit diesem Typ auf dem Bild. Und der Künstler dann so, Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht um die inneren Werte, die ich jetzt in diese Kunst gesteckt habe. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz schön, weil ich merke das auch immer, wenn ich so schreibe manchmal. Manchmal denke ich mir, wenn ich eine Geschichte schreibe zum Beispiel, die schreibe ich ja nicht über mich, das ist ja keine Biografie. Also, obviously bin ich nicht die Hauptfigur. Aber trotzdem steckt man halt irgendwie was von seiner Seele da rein. Man schreibt schon irgendwie über Dinge, die einen selbst beschäftigen. So, wisst ihr, wie ich meine? Und, naja, im Lauf der Geschichte geht es dann darum, dass dieser Freund von dem Maler den Dorian Gray trifft und sich mit ihm auch anfreundet, aber ihm halt so, ja, Dinge versucht beizubringen, wo ich als Leser schon ein bisschen sage, uh, das ist aber ein bisschen kritisch, ein bisschen toxisch so. Und wo ich mich dann frage, ob das eben der Zweck der Literatur ist, also, ob das damals auch schon so war, dass man als Leser das dann nicht so cool fand oder ob ich das erst aus heutiger Sicht denke. Das ist so ein bisschen die Frage. Und er sagt ihm halt zum Beispiel so Sachen wie, dass das Wichtigste der Menschheit ist die Jugend und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist die Jugend zu verlieren. Und daraufhin wünscht sich Dorian Gray halt, oh mein Gott, ich werde älter werden und irgendwann werde ich verfallen und meine Jugend wird vorübergehen. Ich wünschte mein Bild, das Bild von mir, das Gemälde von mir könnte altern und ich könnte für immer jung bleiben. Und irgendwann stellt er fest, dass sich sein Gemälde tatsächlich verändert. So, und damit fängt die Geschichte dann tatsächlich so richtig an und wird tatsächlich ganz interessant, weil es ganz viel, ganz viel um so Charakter-Story geht und wie sich ein Mensch verändern kann und was vielleicht noch in einem Menschen drinnen steckt und so. Es geht um Gesellschaft, also so auch die Gesellschaftsstufen, die Mittelschicht, die Oberschicht, die Unterschicht und nimmt so ein bisschen, oder kritisiert so, wie ich es verstanden habe, schon so ein bisschen tatsächlich die Oberschicht. Weil das sind so die Akteure in der Geschichte und kommen teilweise nicht besonders sympathisch weg, muss ich also jetzt mal so sagen. Und das sind eben so die Dinge, wo ich mich frage, krass, wenn es damals so schon Oscar Wilde's Intention war, finde ich es richtig cool und hätte ich auch nicht gedacht, dass das damals halt schon mal jemand so gesehen hat. Dann denke ich mal, war das relativ fortschrittlich. Aber, ja. Und wo ich am Anfang noch gedacht habe, es geht so ganz viel um Kunst, Kunstverständnis, habe ich so gemerkt, darum geht es weniger scheinbar. Und es geht doch mehr um diese Kritik an der Gesellschaft, so, und tatsächlich um die Charaktere. Boah, Wahnsinn, das merke ich immer wieder bei so älteren Büchern, wie das zum Beispiel auch bei Frankenstein oder Dracula der Fall war. So, Charaktere haben so ultralange Monologe, so. Die unterhalten sich und jede wörtliche Rede geht so eine halbe Seite lang. Erst redet der eine eine halbe Seite lang, dann der andere eine halbe Seite lang, dann wieder der erste eine halbe Seite lang. Und das könnte einem echt trocken vorkommen, kann es bestimmt auch auf einige wirken. Ich fand es tatsächlich ganz schön, so zu lesen. Man hat halt dadurch entviel von den Charakteren mitgekriegt und wie die halt wirklich fühlen. Und das ist richtig beeindruckend gewesen, weil man halt wirklich gedacht hat, das sind Menschen. Und Oscar Wilde hat wirklich da richtig Menschen in sich drin gehabt, was echt beeindruckend ist. Und das hat Spaß gemacht zu lesen. Von daher, wenn ich jetzt ein Fazit sagen kann, es ist eine unterhaltsame Lektüre. Ich habe es mal gelesen. Es hat an manchen Stellen, hat es mich zum Denken angeregt. Es war einfach schön zu lesen so, aber ich würde jetzt nicht diese Freundin von mir, die gesagt hat, das war ihr absolutes Lieblingsbuch, würde ich jetzt nicht unterstützen in dieser Aussage. Es war jetzt nicht mein absolutes Lieblingsbuch. Es wird wahrscheinlich auch kein Jahreshighlight, aber ich würde auch nicht sagen, man muss es mal gelesen haben. Aber wenn man mal rausfinden will, wie man dazu steht, dann kann man es mal lesen so. Ich würde niemandem davon abraten. Gut, das würde ich sowieso niemandem von abraten, weil ich ja immer sage, es ist komplett unterschiedliche Wahrnehmung. Und von daher, go for it, ließ es. Ich finde, es kann nicht schaden. Es kann zumindest unterhaltsam sein. Und ein bisschen Spaß machen, einfach so die Charaktere zu beobachten, vor allem so in eine andere Zeit einzutauchen. Es spielt ja auch wirklich vor über 100 Jahren. Das ist immer interessant. Wie haben die Menschen damals geredet? Wie haben sie gedacht? Wie war die Oberschicht halt damals so? Das ist so wahrscheinlich dieser Hauptpunkt doch. Eigentlich habe ich gar nichts mehr zu sagen. Go for it, lest das Buch, wenn ihr Bock drauf habt. Einfach mal sowas zu lesen. Stellt euch darauf ein, dass es lange Dialoge sind, dafür aber ausgefeilte Charaktere, krasse Charakterentwicklung auch. Und tatsächlich gar nicht so langatmig, wie man von so einem alten Buch vielleicht erwarten würde. Dafür ging es doch echt Schlag auf Schlag. Es ist immer wieder was passiert so. Auch wenn die Erzählweise, der Schreibstil relativ ausführlich ist. Ja, also kann man ruhig mal lesen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung zum nächsten Buch. Das nächste Buch war nicht ein Wort zu viel. Und wie ich schon auf Instagram angeteased habe, für mich war es deutlich mehr als ein Wort zu viel. Denn hier steht Thriller drauf. Aber für mich war es nicht wirklich ein Thriller. Ja, es war eher ein Krimi. Ich weiß, die Grenzen dafür sind oft sehr schwammig. Und oft diskutiert man da auch darüber, wo jetzt die Grenzen da verlaufen zwischen Thriller und Krimi und was das überhaupt ausmacht. Für mich ist tatsächlich ein Thriller so, wenn man jetzt eine Person hat, da passieren irgendwelche merkwürdigen Dinge. Die befindet sich vielleicht sogar in einer lebensbedrohlichen Situation. Und so stolpert sie eben von Situation zu Situation. Und ein Krimi ist halt aus Ermittlersicht. Und die machen Ermittlungsarbeit. Suchen Leute, stellen denen Fragen, suchen Unregelmäßigkeiten. Das ist für mich ein Krimi. Und das ist das hier tatsächlich. Der Anfang, der war noch relativ Thrillerhaft. Ich erzähle mal kurz ein bisschen was zur Handlung, weil die Idee ist tatsächlich eigentlich ganz interessant. Man hat hier eine Buchblogger-Szene, in der ich mich ja auch bewege. Von daher ist es ganz witzig. Und man hat Faya, sie ist Buchbloggerin, und einer ihrer Freunde, die auch aus der Buchblogger-Szene sind, der wird halt von dem kriegst du ein Video zugespielt, wie er tatsächlich auch getötet wird. Und das, weil sie es nicht geschafft hat, eine Geschichte innerhalb von, eine Geschichte aus fünf Wörtern zu schreiben, sozusagen. Sie hat das nicht ernst genommen. Ihr wurde gesagt, hey, du musst eine Geschichte erzählen aus fünf Wörtern. Und wenn du das nicht schaffst, muss dein Freund sterben. Sie hat es nicht ernst genommen. Sie dachte, das ist ein Scherz. Und dann ist er gestorben. Das war so ein bisschen dieser Thriller-Einstieg tatsächlich. Aber dann sind wir halt sehr schnell bei einem Ermittler. Und der hat irgendwie ein Trauma von irgendwas. Hört Stimmen. Was man jetzt sagen könnte, das ist vielleicht ganz interessant, dann ist so als Backstory. Aber für mich war es nicht genug. Also ich sage mal so, Krimis sind für mich immer ein bisschen schwierig. Ich habe mal eine Zeit lang gesagt, ich mag Krimis gar nicht, was ich mittlerweile dementiert habe. Weil zum Beispiel die Krimi-Reihe hier von Uta Seeburg, der falsche Preuße und so, finde ich ganz cool. Und da ist halt der Unterschied der, dass ich bei dieser Uta Seeburg-Reihe, bei der Grischinski-Reihe so denke, da gibt es halt ein spannendes Setting. Wir haben hier München, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist halt spannend, das zu sehen. Wir haben coole Charaktere, die einfach für die Zeit interessant sind und die man gerne begleitet. Und dann ist dieser Fall, diese Ermittlungsarbeit schon fast nebensächlich. Und hier ist es halt nicht so sehr gegeben in meinen Augen. Das kann natürlich in jemand anderes Augen ganz anders sein. Es kann ja sein, dass irgendjemand sagt, er begleitet diesen Ermittler sehr gerne in diesem Setting. Aber für mich ist es leider nicht spannend genug. Und deswegen habe ich es nach 100 Seiten abgebrochen, weil ich da auch ganz einfach so sage, da muss ich mich nicht durchquellen. Es gab auch Zeiten, wo ich mir so viel schwerer getan habe, Bücher abzubrechen. Und das halt dann nicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, man kann ein Buch nicht abbrechen. Ich muss das irgendwie noch zu Ende lesen. Vielleicht wird es ja besser. Aber ich habe einfach für mich gelernt, die Zeit, also das klingt vielleicht ein bisschen heuchlerisch, man hat viel Zeit im Leben. Aber wozu sollte ich diese Zeit verschwenden, mich dann durchzuquellen dafür, dass es dann vielleicht am Ende besser wird? So, keine Ahnung. Mich würde jetzt, ja, ich sage, da ist halt dann der Moment für mich, die Reißleine zu ziehen. Und deswegen war es das halt damit auch schon eine ganz kurze Rezension zu Andreas Winkelmanns Nicht ein Wort zu viel. Bildet euch gerne eine eigene Meinung und schreibt sie mir in die Kommentare. Ich würde mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Buch in weiß nicht wie viel Zeit. Das nächste Buch war von Juli C. Neujahr. Und es ist ein sehr dünnes Buch. Es hat gerade mal 190 Seiten. Und damit könnte man meinen, man könnte es ja mal ganz schnell wegsnacken. Ich habe doch aber relativ lange dafür gebraucht, dafür, dass es nur 190 Seiten sind. Ich glaube, es war circa eine Woche. Und das ist so vom Verhältnis, sage ich mal, ich würde sagen, so die erste Hälfte hat sechs Tage gedauert, sagen wir fünf Tage, während die zweite Hälfte ein bis zwei Tage gedauert hat, um hier mal so ein bisschen das in Relation zu setzen. Ich will, glaube ich, nicht sagen, dass der Anfang so richtig schlecht war. Ich glaube, das ist in meinem Instagram-Reel vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen, weil ich gesagt habe, dass ich es nach einem Drittel oder so fast abgebrochen hätte. Aber das ist bei mir immer so ein bisschen dieses Problem. Ich lese das und ich sage mal, es geht hier um diesen Familienvater, der mit seiner Familie im Urlaub auf Lanzarote ist, über Neujahr. Und jetzt macht er diese Fahrradtour und stellt fest, dass er ganz schön Schwierigkeiten hat, seine Rollen zu finden hier als guter Ehemann, als Vater, als Verdiener der Familie und sowas. Und ja, das ist schon eine spannende Situation, zumal bei ihm noch dazu kommt, dass er dieses S hat. So diese irgendwas Psychisches in seinem Kopf, irgendein Monster haust da in seinem Kopf und lässt ihn schlecht fühlen. Also so wird das verbildlicht, verbildlicht sozusagen. Er hat halt irgendwelche Probleme und man weiß nicht so richtig, worum es da geht. Das wird auch cool beschrieben und das ist auch echt gut und interessant eigentlich. Mir war es einfach nur zu lang und zu lange, dass dann nichts weiter passiert ist. Bis wir dann zu dieser einen zentralen Szene kommen. Er ist ja auf Lanzarote, auf dieser Insel und macht diese Fahrradtour und plötzlich kommt er an ein Ort, wo er checkt, oh mein Gott, ich war hier schon mal und hier ist was passiert. Und plötzlich kann er sich zurückerinnern. Und dann ist schon fast die zweite, komplette zweite Hälfte von diesem Buch nur diese eine zentrale Szene und meine Fresse ist das gut gemacht. Was hier hervorsteht, sind nicht unbedingt die Charaktere, sondern vielmehr Juli Cs krasse Gabe, Situationen zu beschreiben, Gefühle zu beschreiben, Gedanken zu beschreiben. Das ist ja so krass. Sie schafft es nicht nur in Worte zu fassen, sondern pflanzt das regelrecht in meinen Kopf rein, sodass ich selber denke, ich sollte vielleicht mal zum Psychiater gehen. Das ist so genial. Sie spielt hier mit den Wörtern, beschreibt diese Szenen, wo gar nicht mal so viel passiert, dafür, dass das auch wieder fast 100 Seiten lang dauert. Oh mein Gott, und es wird dann zu keinem Zeitpunkt mehr langweilig und ich bin so froh, dass ich es eben nicht abgebrochen habe, dass ich mir gesagt habe, jetzt schauen wir mal noch und meine Güte, ich kann es einfach nur empfehlen. So ein gutes Buch, ganz ehrlich. Und ja, viel mehr kann ich auch hier nicht zu sagen. Wir kommen dann zum nächsten Buch. Und das letzte Buch, was ich im Juli gelesen habe, wir haben jetzt heute den 1. August schon, war dann wieder ein weiteres Buch von Juli C. Nee, ja, ich habe direkt ein weiteres Buch von dir weggesnackt und das war über Menschen, wovon ich jetzt erfahren habe, dass das scheinbar ein 2. Teil ist, wo unter Leuten der 1. Teil ist, aber das steht hier nirgends drauf und im Nachhinein denke ich mir auch, das ist doch nicht so schlimm, wie ich am Anfang gedacht habe, weil es steht halt auch gut für sich selbst. Man hat bei diesem Buch nie das Gefühl, irgendwie jetzt was verpasst zu haben. Keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall unter Leuten dann wohl auch noch lesen und vielleicht merke ich dann so, oh ja, hätte ich doch andersrum lesen sollen, aber momentan denke ich mir so, steht gut für sich selbst und ist nicht schlimm, dass es nicht drauf stand, dass es ein 2. Teil ist. Es geht hier um Dora, die in ein Kaff zieht und sie hat ein bisschen Stress gehabt mit ihrem Freund in der Großstadt, wo sie gewohnt hat, machen mit gerade so eine Beziehungspause. Die Probleme, die sie hatte, war, dass er so krass politischen Idealismus irgendwie verfolgt in ihren Augen. Er ist so ein mega krasser Klimaaktivist und Corona-Verfechter auch. Also das spielt tatsächlich auch während des ersten Lockdowns damals, 2020 und sie kam damit eben nicht mehr klar, dass er ihr immer mehr vorschreiben will, wie sie zu leben hat, eben sei es wegen Einschränkungen bei Corona oder Einschränkungen zum Klimawandel und das fing eben so an und ich hatte erst mal so ein bisschen Schwierigkeiten damit, weil ich mich eben die ganze Zeit gefragt habe, wie steht denn wohl die Autorin dazu der Sache? Will sie damit gerade irgendwie zu verstehen geben, dass sämtliche Leute, die Corona irgendwie ernst nehmen oder genommen haben, völlig übertrieben haben oder was? Oder dass das gar nicht so schlimm war? Oder auch was Klimakrise angeht? Wie ist ihre Position dazu? Und ich habe für mich immer mehr sagen müssen, hey, komm mal runter, es geht nicht darum, was die Autorin selbst für eine Position hat oder für eine Meinung hat, denn sonst könnte sie ja auch einfach ein Buch über sich selbst schreiben, aber darum geht es ja bei einem Buch nicht, bei einer Geschichte, da schreibt man ja über wen anders und ich habe einfach versucht, mich sehr da rein zu versetzen, wie es dieser Figur Dora hier eben geht. Das war jetzt so ein bisschen der Anfang und dann zieht sie auf dieses Kaff und merkt plötzlich, ach du Scheiße, mein Nachbar stellt sich mir schon selbst vor als, jo, ich bin Goethe, ich bin hier der Dorf-Nazi und sie merkt plötzlich, scheiße, ich wohne hier neben einem Nazi. Das Interessante ist halt, wie sie die Leute kennenlernt und deswegen ist dieser Titel auch über Menschen, finde ich, passt echt gut, fasst das Ganze gut zusammen. Es geht einfach krass um Menschen, auch um Menschlichkeit. Hinten steht auch der Satz drauf, trauen wir uns Mensch zu sein und ja, es geht halt darum, um die Frage, es steht auch nochmal hier hinten drauf, um die Frage, worauf es im Leben eigentlich ankommt und naja, ich sag mal so, je mehr ich in diesem Buch versunken bin, desto besser fand ich es auch. Also ich, es war jetzt nicht wie beim letzten Juli C-Buch, dass es am Anfang ich langweilig fand. Ich fand es hier schon von Anfang an gut, also wirklich gut, aber es ist, dieser Sog ist immer mehr geworden und das hätte ich gar nicht gedacht, weil das irgendwie wie gar nicht mal so viel passiert oder so. Es passiert nicht so viel. Es geht wirklich rein um Zwischenmenschliches, komplett, absolut nur ums Zwischenmenschliche, um die Gefühle und Gedanken in Doras Inneren, wie sie einfach komplett verwirrt ist, zwischen Extremen hin und her gerissen steht und wie sie dann andere Menschen kennenlernt und wie sie mit denen eben klarkommt. Das ist so genial gemacht und Juli C. zeigt hier mal wieder ihre unfassbar krasse Beschreibungsgabe, wie ich das auch schon bei Neujahr gesagt habe, dass sie es einfach super gut hinkriegt, Szenen zu beschreiben und auch Gefühle zu beschreiben und Gedanken und Situationen und Atmosphären rüberzubringen und das ist ein 400 Seiten dickes Buch und es ist nicht langweilig, obwohl es echt nur um Zwischenmenschliches geht. Von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung und ich werde auf jeden Fall irgendwann dann noch unterläuten, lesen, was ja scheinbar der erste Teil ist. Bin mal gespannt, ob ich das dann merke. Naja, jetzt gibt es noch einen kleinen Schnitt zum letzten Teil dieses Videos. Die letzten Sachen aus diesem Monat sind verschiedene Sachen. Einmal eine Hörbuchreihe, hier habe ich sie gerade als Bücher da, die Chroniken von Narnia, The Chronicles of Narnia, habe ich die Ausgaben hier gerade, die nur zur Visualisierung hier stehen, weil wie gesagt, ich höre die Hörbücher. Die Chroniken von Narnia kenne ich auch schon, habe ich als Kind vorgelesen bekommen und dann irgendwann, glaube ich, auch nochmal selber gelesen. Ich kenne natürlich die Filme, die es bisher gibt und letztens habe ich mir irgendwie plötzlich so gedacht, hey, irgendwie fand ich das auch immer ganz cool. Ich hätte Lust, das Ganze eben nochmal zu hören, die Hörbücher von Philipp Scheppmann gelesen und ja, ich bin jetzt gerade bei Teil 5, habe die Teile 1, 2, 3, 4 eben schon gehört in der chronologischen Reihenfolge, weil es ja da auch irgendwie nicht die chronologische Reihenfolge mit der Reihenfolge der Erscheinung übereinstimmt. Da ist ja auch irgendwie Teil 2 als erstes erschienen, dann Teil 4, 5 und 6 und dann ist Teil 1 und Teil 3 erschienen und dann Teil 7 als Abschluss noch. Also auch irgendwie ein bisschen durcheinander, aber wenn man die Geschichte kennt, dann merkt man auch, dass das Sinn macht, weil eben Teil 2, 4, 5 und 6 sinnvoll aufeinander aufbauen und Teil 1 ist dann so ein Prequel eben, macht Sinn, ist so die Erstehungsgeschichte von Narnia, die wir bisher noch nie gesehen hatten und Teil 3 ist so ein Zwischenband, so ein bisschen vergleichbar mit hier in einem Rogue One oder Solo als Star Wars Story von Star Wars. Was ich jetzt tatsächlich, das fällt mir gerade ein, das habe ich diesmal übersprungen, weil ich es einfach immer den langweiligsten Teil fand und ich da echt einfach keine Lust drauf hatte, auch wenn die natürlich alle immer sehr dünn sind. Ja und dann kam halt Teil 7 nochmal als krönender Abschluss. Auf den freue ich mich jetzt schon am meisten den nochmal zu hören, weil ich auch noch in Erinnerung habe, dass ich als Kind beziehungsweise junger Jugendlicher, wo ich das halt zum ersten Mal gelesen oder gehört habe, einfach nicht so verstanden habe, worum es da ging, weil das glaube ich schon, ich glaube diese ganze Reihe ist auch sehr meta. Ich glaube, dass C.S. Lewis, der ist ja scheinbar auch sehr gläubig, der verarbeitet da auch viel mit seinem Glauben, also ich meine, das geht ja nie mit dem vorbei, dass Aslan ganz offensichtlich irgendwie eine Personifizierung von Gott sein soll und auch seine Opfergabe in Teil 2, wie er sich sozusagen opfert und dadurch wieder ins Leben zurückkommt. Wenn man das mal so betrachtet, ist das schon ganz schön crazy, aber ich muss auch dazu sagen, dass man das echt, das ist das Coole an dieser Reihe, man kann es auch völlig unabhängig davon lesen, man sollte oder man kann es, muss es auch nicht einfach als eine Bibel 2.0 irgendwie betrachten oder so, man kann es auch einfach als eine schöne Fantasy-Geschichte sehen und die Metaphern über die Schönheit des Lebens oder so, die kann man auch ohne Glauben sehen. Also ich bin selbst kein besonders gläubiger Mensch und finde es einfach schön, so zu lesen. Auch wenn ich natürlich auch wieder, vielleicht ist das dann so mein Erzieher-Part, immer so ein bisschen, weil ich mir auf der einen Seite immer mal wieder denke, hey, das könnte man ja vielleicht mal den älteren Hortkindern vorlesen und dann denke ich wieder, da bin ich echt immer wieder drüber nachdenken und hin und her gerissen, wie das ist mit dieser Kriegsverherrlichung, weil es ja schon echt viel um Schlachten geht und so krass um Ehre und dass man irgendwie ein Feigling ist, wenn man nicht in die Schlacht zieht und dann erzählen die mit leuchtenden Augen von irgendwelchen Schlachten, die sie mal gekämpft haben, wo es halt um Mord und Totschlag geht, wo ich irgendwie so denke, what the fuck, wieso reden die da mit leuchtenden Augen drüber oder warum schmeißt man erstmal eine riesen Party nach einem Sieg, ich glaube nicht, dass man nach einem gewonnenen Krieg erstmal in Siegesfeiern ausbricht, weil ein Krieg ist immer schrecklich, auch wenn man ihn gewonnen hat. Man kann natürlich sagen, das ist alles Fantasy und nicht die Realität und es geht darum, dass Kinder da in eine Welt kommen, wo sie plötzlich keine Kinder mehr sind, sondern was bedeuten können, und was sie in der realen Welt nicht bedeuten können und dass sie plötzlich eine Macht haben und all sowas. Aber ich weiß nicht, da streiten sich, glaube ich, auch wirklich sämtliche Fachleute drüber, welchen Einfluss das jetzt wirklich auf Kinder haben könnte, wenn sie das lesen. Also ich meine, ich habe es auch als Kind vorgelesen gekriegt und ich bin trotzdem nicht zu der Ansicht gelangt, dass Krieg was Gutes ist oder ich meine, ich habe auch Filme und Serien als Kind geschaut, wo Leute Alkohol trinken oder rauchen. Bei Pumuckl geht es ja da immer mal wieder drum, habe ich jetzt mal gehört. Und trotzdem bin ich kein Raucher oder Alkoholiker geworden, so wisst ihr, wie ich meine. Und naja, es ist immer eine schwierige Frage, aber alles in allem, muss ich sagen, ist es eine schöne Reihe und ich höre sie gerade ganz gerne mal wieder, vor allem, ich mag auch das irgendwie, dieses kurze, knappe. Das ist total verrückt, weil es ja irgendwie so ein Epos auch ist, sieben Bände, aber diese sieben Bände haben halt jeweils, ich glaube, der längste Teil hat 200 Seiten vielleicht, also die sind alle extrem dünn und dementsprechend geht es auch Schlag auf Schlag, vor allem der Anfang immer. Der C.S. Lewis, der hält sich nicht groß damit auf, jetzt irgendwie was zu beschreiben so. Er sagt so, jo, wir haben hier diese Kinder und zack, die sind in Narnia und zack passiert dies und zack passiert das und zack Ende so. Aber das hat so was Märchenhaftes so. Das ist so, hey, ein Märchen, was einem als Kind erzählt, wird das auch nicht ausführlich. Da wird auch nicht erstmal groß über die Charaktere erzählt oder so. Es passiert halt einfach was und das hat halt hier diesen Charme auch und ich mag das und ich mag das. Ja, ganz ehrlich, ich mag das und wenn du die Chronik von Narnia noch nie gelesen hast, give it a try und wenn du sie schon mal gelesen hast, dann versuch es vielleicht nochmal so, ey, es ist schon was, was man auch mal re-readen kann, wo man echt viel über Symbole und Metaphern nachdenken kann. Eben, wie gesagt, auch unabhängig vom eigenen Glauben, weil, wie gesagt, das ist ja Fantasy. Das andere ist dann noch Puderbär. Ja, jetzt bin ich irgendwie bei Kindersachen ein bisschen gelandet. Ich hab mir die Gesamtausgabe mal gekauft. Puderbär, ey, ganz ehrlich, ich bin die Puh so. Ich glaube, ich hab da halt eine Fernsehserie als Kind gesehen zu. Mit dem Buch hatte ich, glaube ich, nicht wirklich was am Hut. Aber ich hab das halt so gesehen und dachte mir so, hey, das kauf ich mir mal. Ich hab auch letztens erst gehört, dass es da eben, dass es einfach echt schöne Geschichten auch nochmal im Buch sind und auch viel so Weisheiten fürs Leben beinhalten. Und ja, ich hab das jetzt aber auch nicht für mich selber nur gelesen, beziehungsweise ich bin auch noch mittendrin. Ich lese das mit den Kindern gerade und das ist echt cool. und da muss ich sagen, man könnte meinen, dass das auch für die ganz jungen Kinder schon was ist. Es ist jetzt auch nicht zu brutal oder zu zu heftig für die. Also ist es nicht, weil das sind ja schöne, kleine, harmlose Geschichten. Aber ich muss sagen, vom Schreibstil her, es ist, glaube ich, für jüngere Kinder noch zu langweilig. Also ich lese es jetzt schon eher immer den Hortkindern, also erste bis vierte Klasse vor und den älteren Kindergartenkindern, also so die fünf- und sechsjährigen. Ich glaube, es war auch mal ein Vierjähriger dabei, aber ich glaube, so die drei, Vierjährigen, die finden das irgendwie vom Schreibstil her zu langweilig, weil die, weil der Schreibstil ist auch sehr eigen. Der ist sehr, auf die eine Weise schon irgendwie kindlich, auf die andere Weise aber so Meter, dass man das, glaube ich, dass man da vieles einfach als kleines Kind nicht checkt. So, und dann ist die Story vielleicht langweilig, aber ich weiß nicht, was ihr dazu meint. Habt ihr das gelesen oder? Schau, genau, aber das ist meine Meinung. Aber das will ich noch sagen, also das sind tatsächlich ultra schöne Geschichten. Ich frage mich, wo das mein Leben lang geblieben ist. So, das ist ja so wunderschön. Das ist so, so, oh, ich lieb's und ich lieb das mit den Kindern zu lesen, weil die Kinder es auch so sehr lieben. Also das ist so schön und am liebsten würde ich das jetzt einfach mal hier so zu Hause schnell wegsnacken, aber ich will's halt auch mit den Kindern lesen, weil ich will's halt auch irgendwie ja nicht schon kennen, während ich's mit den Kindern lese. Versteht ihr? Genau, und das Letzte hier noch ist Bücher lesen lernen von Thomas Becker, der Buchhändler, den ihr vielleicht von Instagram kennt. Ja, ich bin jetzt zwar nicht völlig lost, was Lesen angeht, wie man sich vielleicht denken kann. Mir fehlt jetzt nicht unbedingt der Zugang direkt zum Lesen, aber ich finde es eine coole Idee, vor allem in Zeiten wie diesen, wo Lesen immer mehr so in Vergessenheit gerät oder immer mehr Leute dadurch durch diese Schnelllebigkeit von Social Media und Film und Fernsehen auch, ja, sich denken, lesen brauche ich nicht mehr. Es ist so eine coole Sache für Leute, die eben an sich schon denken, ich könnte ja gerne, ich würde gerne mal mehr lesen, aber irgendwie kriege ich's nicht auf die Reihe und ich bin mal gespannt, was das noch für Tipps sind. Ich glaube, den ersten Tipp oder so habe ich schon gelesen und ich mag diesen, ich mag auch den Schreibstil vom Thomas, also es ist irgendwie, es ist sowas Bejahendes, es ist so absolut auch nicht belehrend oder so, es ist einfach so, er beschreibt so von seinen, von seinen Erfahrungen, was ihm halt hilft und nimmt sich da mit selbst auch ein bisschen auf die Schippe und nimmt das Ganze mit Humor und irgendwie ist es trotzdem, denke ich, sehr hilfreich für Leute, die eben ein bisschen lost sind, was das Lesen angeht und auch für mich, der das jetzt an sich nicht, der nicht direkt in der Zielgruppe ist, ist es spannend zu lesen, mal das so aus anderer Sicht, aus anderer Perspektive zu lesen und ich mein, Tipps für Lesegewohnheiten sind immer cool, so, die helfen auch mir. Ja, genau, und jetzt schreibt mir gerne eure Meinung, euren Senf in die Kommentare, ich bin schon gespannt und das war doch ein relativ langes Video jetzt wieder, ich kann es noch gerade eh hier, boah, ich habe jetzt für diesen Teil auch wieder 20 Minuten schon gebraucht, vielleicht ist es euch aufgefallen, beziehungsweise ich glaube, ich habe es am Anfang auch gesagt, ich habe jetzt jedes Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, einzeln aufgenommen, weil ich mir auch gedacht habe, am Ende vom Monat habe ich gar nicht mehr so präsent, was ich da am Anfang vom Monat gelesen habe, aber ich habe diese ersten paar Videos jetzt auch da hinten schon geschnitten fertig und ich weiß nicht, ich glaube, da geht diesem Charme vom Lesemonat auch ein bisschen was verloren, wenn ich jetzt quasi Einzelbuchvorstellungen mache und die halt dann hintereinander in den Videoklatsch zusammenschneide sozusagen, geht dem Ganzen glaube ich ein bisschen was verloren, vielleicht ist es doch besser, wenn ich beim nächsten Mal wieder einfach am Ende vom Monat mich hinstelle und über alles rede, keine Ahnung, schreibt mir mal in die Kommentare vielleicht was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt, ansonsten schaue ich wie es mir am besten passt und ja, ich wünsche euch alles Gute, kommt schön durch den Sommer, ich wünsche euch allen einen tollen Urlaub, sofern ihr ihn noch nicht hattet und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, bis dahin, ciao!